Komm, jetzt ist die Zeit, wir bitten ab. Komm, jetzt ist die Zeit, in dein Herz. Komm. Komm, jetzt ist die Zeit, in dein Herz. 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 Wenn ich ehrlich bin, wird jeder von euch sagen, das ist keine Geschichte für Frauen. Und das ist keine Geschichte für Frauenfrühstück, wenn man das mit dem Verstand versteht. Aber im Geist hat, möchte Gott etwas sagen, sage ich bereit. Ja, ja. Und ich habe jetzt noch mehr eine Leserin dabei. Joshua aber sprach, öffnet den Eingang der Höhle und bringt jene fünf Könige aus der Höhle heraus zu mir. Und sie machten es so, den König von Jerusalem, den König von Jerusalem, den König von Hebron, den König von Jamut, den König von Lachis und den König von Eglon. Als sie aber diese Könige zu Joshua herausgeführt hatten, rief Joshua alle Männer Israels zu sich und sprach zu den Obersten des Kriegsvolkes, die mit ihm gezogen waren, Kommt herzu und setzt euren Fuß auf den Nacken dieser Könige. Und sie kamen herzu und setzten ihnen den Fuß auf den Nacken. Da sprach Joshua zu ihnen, fürchtet euch nicht und verzagt nicht, seid stark und mutig. Denn so wird der Herr an allen euren Feinden handeln, gegen die ihr kämpft. Ich weiß, es gibt viele Leute, Humanisten, die haben Probleme im Alten Testament mit so. So, wenn alle ruhig sind, mache ich weiter. Und viele Menschen, die einen humanistischen Geist haben, haben Probleme damit, mit so einer Geschichte. Ah, dieses Grausamen und Töten und alles Mögliche. Ja, aber wenn du die Geschichte ein bisschen kennst, ist interessant, weil Gott hat in Joshua gesagt, du wirst mein Volk von Ägypten, von der Wüste rausbringen und du bringst sie in das Gelugte an Kanan. Kanan ist ja im Grunde genommen Israel. Und es ist Israel und ich glaube, das ist so das Land, wie Gott ihn geben möchte. Und dann sagt er ihnen, sag aber in deinem Volk, dass du nicht dieses Land bekommst, weil du toll bist, weil du heilig bist oder das bist. Du gehst, ich bekomme dieses Land, weil ich beschlossen habe, die Einwohner von diesem Land zu vertilgen. Und in diesem Land gab es viele Könige, kleine Könige, die haben so sechs, sieben, acht, neun Städte gehabt. Und das war ein Land, das total dämonisch belastet war. Beispiel, es gab die Anakitach, die sind Leute gewesen, die Riese waren. Und in der Bibel, Riese sind immer, wenn Frauen mit Dämonen sexuell geschlafen haben und haben Kinder bekommen. Und dann hat es Riese gegeben und das war am Gottesauge ein Kraul. Und er wollte diese Riese, so wie Goliath einmal war, wegmachen. Das war für ihn, weil die hat die ganze Bevölkerung vernichtet mit diesen Sachen. Und dann gab es andere Könige, die haben ihre Kinder als Brandopfer den Dämonen gegeben. Ich kann dir das vorstellen, was im Herzen Gottes vorkommt, wenn Eltern so weit kommen, dass sie ihr Baby in einem Dämonenopfer in einer Feuern zünden. Und dann war dieser Gott da und hat diese Dämonen aus Eis und haben sie die Kinder draufgelegt und haben sie verbrannt. Und in diesem Land ist Sünde und Götzedienst gemacht worden. Und die Bibel sagt im anderen Vers, dass das ein Land, die zu viel Sünde hat, spuckt seine Einwohner raus. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, auch in Deutschland, in Europa, habe ich den Eindruck, dass die Ehrfurcht Gottes verloren geht und die Sünde immer mehr werden, bis vielleicht dieser Punkt kommt, wo das Land Einwohner raus spuckt und es wird ersetzt von anderen Leuten. Und Gott hat einen Plan gehabt, sein Volk in dieses reinzubringen, in dieses Land, weil dieses kann schon ein bisschen runter machen. Wenn jemand Probleme mit dem Ober hat, holt er einen Kask, das gibt es, glaube ich, hier. Okay, und dann stehe ich mich mehr zurück. Und wenn du dann im Land, das ist das Hall da von da vorne, mal ein bisschen runter. Und wenn du im Land bist, wenn du im Land bist, wie so viel Sünde ist, natürlich das Rauschbuck. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit drin, wo Gott beschlossen hat, jetzt bringt das sein Volk in dieses Land und die sollen das Land einnehmen und die sollen alles, was dämonisch belastet ist, wegmachen. Und dann haben die eine Stadt nach der anderen und ein Sieg noch am anderen bekommen. Joshua hat sogar erlebt, dass der Fluss, der Jordan, stehen geblieben ist, dass sie trocken rüber könnte gehen. Wunder und Wunder sind geschehen. Und sie fangen an, Sieg und Sieg zu haben. Und da waren fünf Könige, die sind geflüchtet, weil ihre Armee hat verloren, ist umgebracht worden, sie sind geflüchtet. Da lassen sie sie rausholen von dieser Höhle. Er liegt auf dem Boden und ruft seine Hauptsoldaten, sie sollen den Fuß auf ihren Nacken machen. Was hat denn das für einen Sinn? Man weiß ganz genau, das ist ein Bild von Dominanz. Aber dann sagt Joshua zu ihnen, habt keine Angst, habt keinen Furcht Gottes mit euch. Und die stehen da und haben den Fuß auf diese Könige vom Boden liegend, flach. Und die haben ihre Kriege verloren und die haben den Fuß auf den Nacken gemacht und dann sagt er trotzdem noch, habt keine Angst. Eine Frage, warum können die denn Angst haben von so Leuten, die haben wie Besitzer vom Boden liegend. Also ich glaube, dass diese Könige so eine dämonische Ausstrahlung gehabt haben, dass das Volk Gottes das gespürt hat. Und wenn wir sensibel sind, manchmal spüren wir auch diese dämonische Ausstrahlung, vielleicht von Menschen, vielleicht von deinem Chef, von der Familie. Du spürst das. Und was sind so innerlich für ängstlich? Manche Leute spüren, dass etwas drin wie gegen dich geht. Und dann sagt Joshua, habt keine Angst, Gott ist mit uns. Und ich glaube, das ist auch, was Gott uns heute Morgen zeigen möchte. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen gegen Mächte der Finsternis. Du kämpfst nicht gegen deine Schwiegermutter, gegen deinen Schwiegervater, gegen deinen Nachbarn, sondern dieser Geist, der hinter ihm ist. Und dieses Bild hat mir Gott gegeben, das hat mich total gesprochen. Weißt du, ich hatte so den Wunsch im Geist, dass jede Frau heute Morgen weiß, jede dämonische Macht, wie mich angreift, wie meine Familie angreift, wie mein Mann angreift, wie mein Habengut angreift. Und dieses Bild hat dämonische Mächte. Ich mache meinen Fuß auf euch laufen, weil ich habe in Jesus Christus jede Autorität. Joshua sagt, habt keine Angst. Weil menschlich gesehen hat man Angst. Menschlich gesehen, wenn man spürt, dass jemand dämonisch belastet ist, da hat man auch Angst. Als ich frisch gläubig geworden bin, habe ich in einer Firma gearbeitet, da in Deutschland. und der Leiter von der Firma, da hat ein Problem gehabt, da ist, muss ich sagen, sexuell sehr, sehr belastet gewesen. Und wenn der mit dir geredet hat oder fing an, ganz extreme schmutzige Witze zu erzählen, merkte man fast, von seinem Auge kam etwas raus, wie eine Gier, wie ein Dreck. Und er wusste, dass ich gläubig bin. Und er hat immer morgens früh, wenn das Büro versammelt war, hat er mich immer angeschaut und hat angefangen, diese Witze zu erzählen. Und er hat gewusst, dass ich Christ bin und hat das so bewusst gemacht. Und es war dann immer, da waren noch drei, vier Sekretärin dabei und er hat das erzählt. Und das sah in seinen Auge, wie das Ding rauskommt. Und ich wusste, er macht das so bewusst gegen mich. Und dann habe ich mal so kurze Zeit später überlegt, verstehst du, der wie in mir ist, ist doch stärker als der da. Und dann komme ich Freitag, Samstagabend, Sonntagabend, haben wir noch Gottesdienst gehabt, Montagmorgen ins Büro. Da sieht mich, die Mädchen sind im Büro drin und fangen sofort wieder an. Und ich merkte, wie sein Auge, etwas wie rauskommt in den Auge. Und dieses Mal guckte ich ganz bewusst in die Auge. Erzähl nur, der wie in mir ist, ist stärker. Und er hat im Mitte vom Satz einen Witz erzählt und ich sah ihn, bis er wieder reinging und nachher Thema gewechselt. Und er hat es niemals weggemacht. Es ist vielleicht nur eine Kleinigkeit. Aber du musst wissen, dein Feind sind nicht Menschen, sondern diese Sachen. Joshua hat gesagt, wir wollen das Land einnehmen. Gott hat gesagt, Joshua, da, wo du hin wirst gehen, jeden Schritt, wie du machst, was ist an unseres Kanan? Unser Kanan ist nicht Deutschland. Unser Kanan ist Erweckung. Glaubst du an Erweckung? Amen. Glaubst du, dass Deutschland sich verändern wird? Ja. Dass wir sehen werden. Weißt du, das ist unser Kanal. Und unser Ziel ist, nach Kanan zu gehen. Aber manche Christen denken, oh, ich muss mich segnen lassen, bis ich in Kanan reingetragen werde. Ich sage, du wirst nicht gesegnet, indem du dich reintragen lässt. Du wirst gesegnet, indem du Gott dienst und dass du anfangst zu herrschen. Amen. Ich weiß, dass es für viele Leute das Wort herrschen, das ist nicht humanistisch. Versteht? In unseren Kreisen macht man nur auf alle andere Ebene. Auf alle andere Ebene kann man nicht herrschen. Aber ich glaube, dass Gott ganz besonders Frauen gerufen hat, nicht körperlich zu herrschen, sondern im Geist zu herrschen. Ich merke, dass, wenn ich Gebetsarmee einsetze habe oder andere Dienst habe, ganz besonders Gebetsdienst, wie plötzlich Frauen, wenn sie kapiert haben, wer sie sind in Jesus und welche Autorität sie im Geist haben, fähig sind, im Gebet zu herrschen, auf ganz hoher Ebene. Wenn du Frauen wegnimmst von der Klagemauer und sagst, du bist nicht berufen in der Klagemauer, sondern du bist berufen, deinen Fuß auf deinen Feind auf den Nacken zu machen, im Geist, dann wirst du sehen, wie du in eine andere Ebene kommst und du wirst Richtung Kanan, Richtung Erweckung gehen. Ich habe so den Eindruck, dass in der Gemeinde Jesus ein ganz großes Teil der Frauen in diesem seelischen Ebene geblieben sind. Und die seelische Ebene war öfters auch christlich, religiös. Du Frau musst dich unterordnen, du musst dich so und so anziehen, du sollst nicht so viel reden, du sollst, wenn es geht, noch schweigen, du sollst das und jenes machen, du sollst einen Dienst machen und Männer leiden das. Weißt du, Männer, wie kein Geist haben, ist nicht, das ist Luft. Ich glaube, dass Frauen von Gott Berufe sind, im Geist zu kämpfen. Frauen haben etwas in Trin, die sind Kämpferinnen, viel mehr manchmal, als wir denken, Männer sind, so, wir gehen Fitness machen, Bodybuilding, wir arbeiten halt stark. Frauen haben eine andere Art und es fängt schon mit der Seele an. Vor 40 Jahren ungefähr, wir haben in Frankreich in einem schönen Haus gewohnt und wir haben unser erstes Kind gehabt und das war vielleicht ein halbes Jahr oder acht Monate alt und wir sind spaziergegangen, die Felder, meine Frau, ich und das Kinderwagen und plötzlich kommt um die Ecke ein so riesiger Schäferhund, wild draußen, geht auf uns zu, man merkt dem anderen, er ist total böse und ich war da erschrocken, was mache ich jetzt? Ich habe gedacht, was ich jetzt machen soll, meine Frau hat nicht gedacht. Die ist sofort gerannt vom Hund und hat mit dem Hund so geschrien, dass es abgehauen ist. Warum hat sie das gemacht? Sie hat nicht gedacht, verstehst du, es ging ums Kind, diese Mutter, weißt du, die Mutter, wenn sie ums Kind geht, sie können so Kämpferin sein und das ist nur die seelische Ebene, aber es gibt eine andere Ebene, es ist die geistliche Ebene. Und wenn Frauen anfangen im Geist zu herrschen und es gibt so viele verschiedene Arten. Wir hatten in unserer Gemeinde drin ein Ehepaar und dann gab man den Mann Zeugnis, die Frau auch und die war zehn Jahre verheiratet und hatte schon zwei Kinder und dann hat sich herausgestellt, dass der Mann pädophil ist und hat viel Geld ausgegeben für kleine Jungs. Zwölf, 13, 14 hat sie bezahlt und ich weiß nicht, was du dir vorstellen kannst, sie haben in einem kleinen Dorf gewohnt, sie haben ein eigenes Haus gehabt, sie waren anerkannte Leute, jetzt hat der Mann auch und seine Frau bekannt, das stimmt, ich bin pädophil. Du weißt nicht, was in der Frau so vorkommt, Scheidung, dann habe ich kein Geld mehr, ich arbeite nicht, das Haus gehört meinem Mann, was denken die andere, ich verliero vielleicht die Kinder, Katastrophe und sie hat sich nicht scheiden lassen, so ein paar Jahre gelebt und dann hat sie Jesus gefunden, sie hat sich bekehrt und dann hat sie etwas gemacht, wie er niemand gesagt hat, aber manchmal gibt der Geist, in unserem Geist so Dinge ein und dann erzählt sie mir, wenn ich meinem Mann nur das Wort Jesus gesagt habe, wurde böse und ich habe nicht nichts gesagt, kein Wort mehr, aber ich habe jeden Abend, vor dem er ins Bett gegangen ist, meine Hand aufs Kissen gelegt und er hat gesagt, der will die Gedanke gibt, ich spreche sie und ich segne dieses Kissen. Nach drei Wochen ist er frei gewesen. Er ist selbst in den Befreiungsdienst, in den Predigtdienst reingegangen. Ich kann das sagen, diese geistliche Kraft hat es gemacht. Nicht der Anwalt, nicht Bedrohung, nicht alles mögliche, sondern es hat dem Geist Autorität genommen. Ich weiß noch, ich habe mir immer als Grund einen Hauskreis gehabt, ganz am Anfang. Dann kam eine Frau, die war das erste Mal da, hat sich bekehrt, hat die Geistestaufe sofort ein Bilderbuchbekehrung bekommen und dann 14 Tage später kommt sie in den Hauskreis hinein und sie erzählt ihre Geschichte. Sie hat einen Mann, der ist Alkoholiker und zwei, drei, vier Mal im Monat kommt er heim und ist total betrunken und er ist sehr aggressiv und er hat die Kinder geschlagen, er hat die Frau geschlagen. Und sie sagte mir, Piero, ich höre schon, wenn mein Mann die Treppe hochgeht, ob er betrunken ist oder nicht. Und dann, wenn ich höre, dass er hochgeht, die Treppe und ich merke, er ist betrunken, sofort die Kinder ins Bett und gesagt, kommt nicht raus vom Bett, sofort alles weggeräumt in die Küche, eine Flasche Bier hingestellt und Ruhe, und kein falsches Wort, sonst gibt es Schlägerei. Und dann plötzlich hört sie den Mann raufgehen, betrunken und plötzlich weiß nicht, sagt etwas, sagt mich, ich kann es gar nicht sagen, warum. Plötzlich sagte ich, Teufel, du wirst meinen Mann nicht mehr beherrschen und ich habe keine Angst mehr von Alkohol. In Jesu Namen. Und sie sagte, der Mann schließt die Tür auf, geht rein, sagt guten Abend, guckt das Bier an, sagt nichts, geht ins Bett und schlaft und kein Mucksacker macht, gar nichts. Und sie hat gesagt, weißt du, ich habe gemerkt, ich habe Autorität über diesen Geistesalkohol. Wenn du wiedergeboren bist, musst du noch etwas wissen. Joshua hat in seine Kriegshelder gesagt, glaubt es, habt keine Angst, Gott ist mit euch, Gott ist mit uns. Und diese Zeit war Gott ganz stark mit ihnen, sie haben einen Krieg nach dem anderen gewonnen. Und jetzt diese Frage, ist Gott mit dir. Hast du diese Glauben, dass Gott mit dir ist? Ganz besonders, wenn du merkst, wow, da geht geistliche Riesen, dämonische Möchte gegen, durch deine Familie, durch Umstände, sie gehen gegen dich los. Glaubst du, dass Gott mit dir ist? Auch wenn alle anderen gegen dich sind. wenn du das nicht glaubst, dass Gott mit dir ist, nicht mit dir ist, dann musst du nicht anfangen zu herrschen. Da kannst du in die Klagemauer gehen, zum Seelsorger und kannst spinzen. Aber wenn du glaubst, dass Gott mit dir ist, wenn du glaubst, dass Gott mit dir ist, dann hast du Autorität und du wirst herrschen mit Jesus in der unsichtbaren Welt, sagt die Bibel. Ich habe einen Wunsch. Mein Wunsch ist, heute Morgen, dass du im Geist über diese dämonischen Möchte, die du vielleicht sogar kennst, so im Geist einen Fuß mit den Nacken machst und sagst, weißt du was, ich herrsche und ich stehe über dir im Namen Jesus, weil Gott mit mir ist. Weißt du was, so werden wir keine Ahnung beherrschen. Es hat nichts mit Gefühlen zu tun, es hat nichts mit Power zu tun, sondern etwas mit Glauben. Ich erzähle euch eine letzte Geschichte, die hat mich sehr bewegt, ein Zeugnis. In England hatte kleine Gemeinden, die waren so 20, 25 Leute, paar Jahre lang. Gott hat zu ihnen gesprochen und hat gesagt, ich rufe euch zu herrschen, ich rufe euch für Erweckung. Und dann sagte er in dem Gebet, es war nicht weit von, wo wir sie gewohnt haben, von dem Dorf, war ein Pfarr, ein Licht leuchtet, ein Leuchtturm, ein Leuchtturm. Ich möchte, dass ihr den Leuchtturm kauft. Da war nicht mehr benutzt, da sind sie in die Stadt gegangen, es war viel Geld, aber sie haben dann gespart, haben Geld gebracht, dann haben sie die Leuchtturm gekauft. Und oben haben sie den Gebetsraum reingemacht. Das war wenig gekauft und dann hat sie den Eindruck, sie solle den ersten Abend hochgehen, sie solle beten und sie solle die Fenster aufmachen und sie solle rausrufen, das Sieg Gottes. Und dann haben sie in ihrer Gemeinde eine Frau gehabt, die war so ein bisschen die Gebetsleiterin, die war auch ein Stück prophetisch und die hat diese Tage ganz starke Blutungen bekommen. Obwohl sie nicht ihre Tage bekommen hätte, hat die ganz starke Blutungen bekommen, es ging ihr gar nicht gut. Aber sie sagte, ich habe den Eindruck, dass Gott sagte, ich will das trotzdem machen. Da haben drei oder vier Brüder hochgetragen, weil sie nicht mehr laufen konnte. Sie war da oben in diesem Gebetsraum und sie war da vergrümmt und hat Schmerzen gehabt und hat Blutungen gehabt. Und dann hat sie ein paar Leute gesagt, mach dieses Fenster auf. Sie geht hin ans Fenster und mit der letzten Kraft schreit sie raus, Jesus, du wirst herrschen. Und hat ein Gebet gesprochen und hat gesagt, ihre Stimme ist plötzlich laut geworden wie ein Lautsprecher. Richtig rausgegangen. Und ich kann das sagen, in den nächsten sechs Monaten sind fast tausend Leute zum Glaube gekommen. Es hat in diesem Geist wie dort geherrscht, gesagt, Jesus Christus beherrschen, ich habe es gemacht, Jesus. Es hat ein Stück Land eingenommen. Ich sage jetzt nochmal meine Botschaft, Erweckung fällt nicht vom Himmel. Gott hatte Verheißung gegeben, Abraham, du wirst nachkommen, haben wir Sander mehr. Hat dem Moses gesagt, du wirst dieses Land bekommen. Hat dem Joshua gesagt, geh, wir werden dieses Land bekommen. Aber ihr werdet euch dieses Land einnehmen müssen. Ein Stück nach dem anderen. Und sie haben ein Sieg nach dem anderen gehabt, aber sie mussten kämpfen, sie sind nicht allein weggegangen, sie mussten sie raus schmeißen, wie Jericho, und die ganze Städte und sie haben das Land eingenommen. Glaubst du, dass Gott dieses Land uns geben möchte? Das Land gehört nicht Burij, es gehört nicht den Muslimen, es gehört nicht den religiösen Geister, es gehört nicht Mammon, es gehört nicht dem Geist des Humanismus, es gehört Jesus Christus. Und wir sind in Minderheit und wir sind schwach und wir sind nicht in der Bevölkerung da ganz oben, weißt du, aber wir werden alles was gegen uns ist, ob es die Medien sind, ob es die Politik ist, wir werden Herrscher gegen sie. Und ich kann nur sagen, das größte Teil von Herrscher wird der Frau überlassen im Geist. Männer werden viele Fähigkeiten gebraucht für das Organisieren, so machen, alles mögliche machen, aber ich weiß, der richtige Geist, das kommt von Frauen, weil sie haben einen Geist, den viel leichter andocken können an der Heilige Geist und weil sie wissen, dass körperlich sie begrenzt sind. Das ist ein Vorteil, das kann ein Handicap sein, aber es ist ein Vorteil. Ich sage was, du bist keine schwache Frau, du bist vielleicht körperlich, du bist vielleicht finanziell, du bist vielleicht von deinem Studium vielleicht eine schwache Frau, vielleicht hast du nie etwas gemacht in deinem Leben außer putzen, aber ich kann das sagen, wenn Gott sein Geist auf dich legt, dann wirst du herrschen, über ganz, ganz stark gemächtete auf ihn sein, ist, du du bist du Autorität bekommen, Joshua hat das gemacht mit seinen Generälen, die so starke Männer waren und sie musste den Fuß auf diese Könige drauf legen und sie mussten hören, Gott ist mit euch, hab keine Angst, hab keine Angst und ich glaube, das ist das, was Gott euch heute Morgen sagen möchte, hab keine Angst, weil Gott mit dir ist, sondern wie du Angst hast und du glaubst nicht, dass Gott mit dir ist, du bist so ein Mitläufer, dann wirst du das nicht erleben, dann wirst du verfolgt werden, du bist errettet, bist Kind Gottes, bist nicht herrschen, Gott hat uns gerufen, so herrschen in uns der Welt, mit den Menschen lieb sein, ich spüre heute Morgen im Geist drin, wie ich das bekommen habe, heute Nacht hat Gott zu mir gesprochen, heute Morgen habe ich das schon gelesen, habe ich gesagt, das ist keine Botschaft für Frauen, so furchtbar mit Krieg und Töten und Einnehmen und Gott hat gesagt, doch, es ist für Frauen, das ist für die Frau Töten, nimmt es, fangt an zu herrschen, heute Morgen sind mehrere Frauen hier, die leiden unter Depressionen, ich weiß, die Ärzte sagen, es ist eine Krankheit, anerkannte Krankheit, ich sage, das ist ein Geist, jetzt kannst du einem Arzt glauben und Medikamente nehmen und dich therapieren lassen, oder du kannst sagen, ich werde das lernen zu herrschen, diese Depression kommt in mein Leben nicht mehr rein, weißt du, wenn du gelernt hast gegen deine eigene Depressionen zu herrschen und du hast diese Geist besiegt, was passieren wird, du wirst eine feine geistliche Schnuppernase bekommen, voller die Depressionen haben. Weißt du, es gibt Leute, die haben Depressionen und wenn du sie siegst, auf der Party, die sind öfters die beim Leisten, am lautsten, krönen, wie trinken und tanzen und hupfen und alles mögliche und wenn sie zu Hause gehen, brechen, sie zusammen, die Depressionen sind da und niemand kann sich vorstellen, dass der oder die depressiv ist. In Deutschland gab es sogar einen Fußballspieler für die Nationalmannschaft, der hat sich unter den Zug geschmissen, hat Millionen verdient, bekannt gewesen überall, aufgrund von seinen Depressionen. Ich kann etwas sagen, möchtest du von Depressionen beherrscht werden oder möchtest du herrschen drüber? Wie viele Frauen gibt es heute Morgen hier, die Gedanken des Todes haben? Christen, wie immer noch Angst haben vor dem Tod? Christen, wie diesen Tod spüren? Vielleicht hast du ein Kind verloren, vielleicht hast du abgetrieben, vielleicht eine andere Sache da. Und dieser Geist ist tot, das ist immer um dich rum. Und du kannst in die Gemeinde gehen, Halleluja ins Singen und gesegnet werden, alles Mögliche und ein paar Stunden später spüre ich wieder diesen Tod. Möchtest du nicht lernen, in diesem Geist deinen Fuß auf seinen Nacken zu legen und sag hör zu, Geist des Todes, ich werde herrschen über dich. Äußere, wie du das gelernt hast, dann bekommst du selbe Schnuppernasse und du siehst das bei Leuten, bei Frauen, manchmal der Geist des Todes hier sitzt, wo der Geist Selbstmord da ist. Und ich kann sagen, wenn wir anfangen zu herrschen, wenn du anfängst zu herrschen, werden viele belastete Leute zu dir kommen, weil sie wissen, du bist eine Befreierin, du hast Autorität. Ich bin nicht berufen von Gott, um Frauen zu streicheln. Du bist wichtig, du bist geliebt, kommst in den Himmel, Gott mag dich, du bist wertvoll, es ist alles richtig, aber es ist nicht meine Berufung. Meine Berufung ist eine Armee zu rufe von Frauen wie herrschen. Wir sogar die Fähigkeit haben, wenn du anfangst zu herrschen über Deutschland, da wirst du alle über andere Länder herrschen. Wir sind berufen im Gebet zu herrschen. Ich weiß, es ist nicht für jeder. Vielleicht gibt es einige Leute da, sagen, nein, das ist nicht mein Sache, ich möchte Christ sein, auch Christ sein. Es ist okay, es ist nicht für alle, aber ich weiß, dass Gott heute viele Frauen ruft, zu herrschen, Autorität zu nehmen, nicht auf die Gefühlsebene zu gehen. Das ist das Negativ oder das Gefährliche bei Frauen, dass sie öfter so gefühle, ich fühle mich nicht, hör auf, ich fühle mich nicht wichtig, ich fühle mich nicht schön, ich fühle mich nicht geliebt. Vergiss das, herrschen, du wirst dich besser fühlen danach, weil es ist deine Berufung. Deine Berufung ist, du bist nicht berufen um gesiegt und gestreichelt zu werden, sondern ich berufe das Land einzunehmen. Ich möchte sehen, wie Deutschland kann werden. Ich möchte sehen, einen Tag, wo ich mit 50 oder 100 Frauen in die Stadt Musbach gehe, in die Städte reingehe und proklamiere diese Stadt gehört Jesus Christus und jede dämonische Macht wird die Kniebäuge von Jesus Christus. Ich möchte die ganzen Städte dämonisch belastet weggehen, weil sie es nicht mehr aushalten, weil sie die paar verrückte Frauen wie Hebschen Geist merken, sie sind stärker als ich. Vor vielen Jahren haben wir eine Evangelisation gemacht. Und ich weiß noch, ein junger Mann von uns, von unserer Gemeinde war dabei, da kommt er ganz aufgeregt auf mich zu, ich habe die berühmte Wahrsagerin getroffen davon, habe sie angesprochen, die hat sogar im Radio gesprochen, die verlangt, glaube ich, ein paar hundert Euro pro Sitzung und ist sehr, sehr bekannt, kannst du kommen? Und ja, die Frau war so, weiß nicht, 50 Jahre alt, super gut angezogen, hat gemerkt, eine reiche Frau, gut so, selbstbewusst, und ich habe gerade, es war Sommer, kurze Hose, Birkenstück an, verschwitzt das Tisch hoch und ich laufe dann zu dieser Frau, sage, guten Tag, dann guckt sie mich an und sagt, ihr Geist ist stärker als meine und ist weggelaufen. Wir haben es gesehen. Weißt du, und das, was sie gesagt hat, würdest du dir auch sagen, wenn du glaubst, dass Gott mit dir ist. Ist Gott mit dir. das ist so meine Frage, ist Gott mit dir. Hast du das Bewusstsein, auch wenn du gesündigt hast, auch wenn du Fehler gemacht hast, auch wenn du Charakterschwäche hast, auch wenn du vielleicht etwas Schlimmes gemacht hast, ist Gott trotzdem mit dir. Das ist so diese Frage, ist Gott mit dir. Dieses Bewusstsein, Gott ist mit mir, Gott hat mich berufen, keiner an, das Land einzunehmen. Meine Berufung ist, dass Deutschland Erweckung erlebt. Meine Berufung ist, dass die Schweiz Erweckung erlebt. Meine Berufung ist da, wo ich bin, das Land ist, keiner an wird, dass ich das Land einnehme. Und wenn Riesen aufstehen, werde ich auch Riesen bekämpfen. Wenn du schlechte Nachricht bekommst von dem Arzt und du spürst, diese Riese, wie kommt, was machst du dann? Rufst du 50 Leute an, bete zu mich? Oder sagst du Geisterangst? Hau ab. Ich mache meinen Fuß auf den Nacken. Ich möchte diesen Gott wie heilt anrufen. Er ist mein Gott. Ich gebe meine Berufung hinein und überstehen, wie die schrittlichen Nachrichten wirklich gut werden, weil Gott mit dir ist. Gott ist mit dir, aber es auch ich heute Morgen. Amen. Wollen einen Moment aufstehen und so dieser Gott steht. Ich möchte einen Moment, dass du vor diesem Gott ganz persönlich stehen bleibst. Ist Gott mit dir? Ist Gott mit dir? Ja. so wie du bist. Mit deinen Fehler, mit deiner Schwachheit, mit deinen Ängsten. Gott ist mit dir. Er ist für dich. Er ist mit dir. Er ist dein Vater. Er hat für dich ganz persönlich seinen Sohn gegeben, dass er für dich kann sein. Empfang heute Morgen. Es gibt so altes christliches Lied, das heißt So nimm dir meine Hände und führe mich und ich spüre wie heute Morgen dieser Gott sagt, ich möchte dir so gern meine Hand geben. Ich möchte so gern dir meine Hand geben, dich führen in dieses gelobte Land, in dieses Land, wo sie ich für dich habe. ich möchte dir so gern die Hand geben und dir zeigen, was du alles noch machen kannst für mich, wenn du deine Autorität nimmst, nicht deine menschliche Fähigkeit, sondern deine Autorität. Es kommt. Es kommt gerade. Du bist vielleicht heute Morgen da, du hast die Autorität schon mal ausgeübt und dann hast sie verloren. Du hast sie nicht mehr gebraucht. Du bist vielleicht in den Dienst reingegangen, du hast schöne Sachen gemacht, aber nicht mit der Autorität Gottes. Und Gott sagt, ich möchte heute Morgen dir deine Autorität zurückgeben. Ich möchte heute Morgen, dass du im Geist deinen Fuß auf den Nacken legst, zu dieser Macht, wie dich bremst, zu dieser Macht, wie sagt, du bist nicht wichtig genug, du bist nicht gut genug, du hast versagt heute Morgen und du glaubst, dass Gott mit dir ist. Leg deinem Geist deinen Fuß auf deinen Feind, vielleicht auf Minderwertigkeit, auf Egoismus, auf Eifersucht. liegt deine Hand, deinem Fuß drauf aus dem Nacken. Und im Geist sage ihm, ich werde dich besiegen, ich werde herrschen mit meinem Jesus. Ich werde herrschen mit Jesus. heute Morgen wenn du da bist und hast Depressionen, du lebst in Ängsten, du hast Angst von Zukunft, von Geldmangel, von allem Möglichen, bitte dein Fuß auf diese Ängste, auf diese Sorge, Ängste für deine Kinder, diese Anklage und du bist keine gute Mutter gewesen. Leg deinen Fuß drauf, das ist eine Lüge. Im Geist heute Morgen bekomm ganz neue Autorität. Du bist Beruf ein Joshua zu sein, das Land einzunehmen, das Land von deiner Familie, wo du vielleicht beruflich tätig bist, das Land einnehmen. es gibt viele prophetische Frauen heute Morgen, deren ihre Flügel sind zerbrochen worden. Und ich spüre, wie Gott sagt, ich möchte dir die Flügel wieder heilen, die durch der geistlich und prophetisch fliegen können. Etwas ist zerbrochen in dir drin. Ich weiß nicht, warum, wenn du verspürst, wenn du weißt, dass Gott dich gerufen hat, im Geist zu fliegen, dann liegt deine Hand auf dein Geist und morgen. Es ist so, wie Gott sagt, ich heile dein Geist und morgen. Damit, was er braucht worden ist, durch Anklage soll geheilt werden. Du bist berufen von Gott, eine prophetische Frau im Geist zu sein. Du bist berufen von Gott, hoch zu fliegen und zu herrschen. Du wirst herrschen über jeden Geist, wie deine Kinder bedroht, wie deine Enkel bedroht. Wie deine Enkel bedroht, du bist berufen zu herrschen. Ich heile dein Geist, sagt der Herr. Da, wo diesem Adler die Flügel zu brauchen waren, auch von geistlichen Leitern, wo es ein Stück von deiner Persönlichkeit zu brauchen hat, weil diese prophetische Berufung hat etwas mit deiner Persönlichkeit zu tun. Gott sagt, ich heile dich. Du wirst dein Weg wieder gehen, auch als Frau. Und du wirst da nicht mehr reinreden lassen von religiösen Leuten, was du machen darfst, was du nicht machen darfst. Du wirst auch wieder an Orte gehen, wo Gott dir Zeit, wo du wirst dort Autorität nehmen. Es gibt viele Christen, sind zufrieden mit einem Dienst in einer Gemeinde, aber deine Berufung ist mehr als ein Dienst in eine Gemeinde. Es wird Zeit kommen, wo viele Propheten gerufen werden. Und es werden keine Gemeindepropheten, es werden keine Denominationspropheten sein, sondern es werden Propheten Gottes sein. und sie werden an Orte gehen, wo Gott sie gebraucht wird. Gott wird einige Frauen lernen, im Gebet, im Geist, über das Land zu gehen, über die Stadt zu gehen, wo sie gerade beten. Alles, was dich bindet heute Morgen, ich sage in Jesu Namen, sei frei. Es egal, welche Macht dein prophetischer Geist gebunden hat, ins übernatürliche zu gehen, ich sage frei in Jesu Namen, ich schneide dich los von allem, was dich bindet morgen, von allem. Du wirst deine Wege gehen und Gott wird mit dir sein. Gott wird in diesem Land viele Josuas geistliche Frauen rufen mit einem prophetischen Geist und werden eine starke Zeit erleben jetzt. Danke heute Morgen Herr, dass der Geist des Todes heute Morgen hier eine Niederlage bekommt. Geist des Todes, du wirst keine von dieser Frau, wie Berufe sind, einen Tag früher holen, das, was Gott geplant hat. Geist des Todes, du wirst sie nicht in Depressionen, nicht in Selbstmordgedanken verwickeln. Diese prophetische Frau ist frei. Sie sind Frau. Frei. Frei. und sie werden dieses Land sehen. Sie werden dieses Land sehen. Es geschieht gerade. Es geschieht gerade. Auch jemand im Unterleib. Du spürst, wie etwas reingeht, wie abgeschnitten wird. Wow. Danke, dass du es heute Morgen machst. Dass du es heute Morgen machst. Wenn wir einen Moment haben, wo wir diesen prophetischen bleiben, du hast gehört, dass du moment prophetisch singst, im Raum drin, dass es prophetische Geist davon noch zu Leuten sprechen kann. Und dann am Ende, wenn es Leute gibt, ein Gebet, sich wünschen, es werden Mitarbeiter vor, eine stehende Nacht, und sie werden für späten. Gott segne euch. Empfang aber jetzt. Du bist frei, du bist frei, so frei durch mich. Du bist frei, ganz frei, ganz frei durch mich. Du bist geheilt durch meine Wunden, du bist geheilt durch mein Blut, du bist geheilt durch meine Wunden, du bist geheilt durch mein Blut. Heilung fließt vom Thron über dich, meine Tochter, Heilung fließt vom Thron über dich, meine Tochter, du bist frei, so frei, meine Freiheit schenke ich dir und du wirst herrschen über den Tod, denn ich geb dir Leben im Überfluss, du bist frei, du bist frei, du bist geheilt durch meine Wunden, ich bin frei, ich bin frei, ich bin frei, durch jese wunden, ich bin frei, ich bin frei, ich bin frei, durch jese wunden, frei, ganz frei, ganz frei, um zu herrschen, ich bin frei, ganz frei, um zu herrschen, mit jese ich bin frei, ganz frei, um zu herrschen, mit jese singst doch mit, ich bin frei, ganz frei, um zu herrschen, mit jese ich bin frei, ganz frei, um zu herrschen, mit jese ich bin frei, ganz frei, um zu herrschen, mit jese ich bin geheilt, ich bin geheilt, ich bin geheilt, ich bin geheilt, durch jese ich ich geheilt, ich bin geheilt, ich bin geheilt, durch jese ich bin frei, ich bin frei, um um zu herrschern mit Jesus. Ich bin frei, ich bin frei, um zu herrschern mit Jesus. Ich bin frei, ich bin frei, um zu herrschern mit Jesus. Ich bin frei, ich bin frei, um zu herrschern mit Jesus. Du berührst mich jetzt, du berührst mich jetzt. Du bist so gut zu mir. Du bist so gut zu mir. Du berührst mich jetzt, du berührst mich jetzt. Du berührst mich jetzt, du berührst mich jetzt. Komm, komm, jetzt ist die Zeit, wir beten haben. Komm, komm, jetzt ist die Zeit, wir beten haben. Komm, komm, jetzt ist die Zeit, wir beten haben. Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten haben. Gib ihm dein Herz. Gib ihm dein Herz. Komm, so wie du bist. Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten haben. 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 So nehmten meine Hände und führe mich bis an mein Seelende. Ich kann allein nicht gehen mit einer Schrift, wenn du nicht bist. Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten haben. 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 bis an mein seeliges Ende und ewig lieb. Ich kann allein nicht gehen, nicht einen Schritt. Wo du das Blüter schierst, dann nimm mich mit. Ich kann allein nicht gehen, nicht einen Schritt. Wo du dich gehst und fühlst dich. So nimm denn meine Hände und führe mich, bis an mein seeliges Ende und ewig lieb. So nimm denn meine Hände und führe mich, bis an mein seeliges Ende und ewig lieb. Wenn ich deine Heiligkeit bestaune, deine Schönheit klar vor Augen sehe, dann verblasst auf dich, oh, mich sehe in deinem Leben. Wenn ich deine Nähe deutlich spüre, Deine Nähe völlig mit umhült. Dann verblasst auf dich, oh, mich sehe in deinem Licht. Ich bete dich an, oh, ich bete dich an. Dich allein an. Dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Dich allein anzubeten, ist meines Lebens. Dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an, oh, ich bete dich an. Ich bete dich an, oh, ich bete dich an. Dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. 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 Dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinnuelsinn, wenn ich meine Kraft wohne, ist mein Fitness Sinn. Ich bin frei, ich bin frei. Ich bin frei, ich bin frei. Mein Jesus, mein Wetter, keiner ist so wie du. Lobpreis sei dir jeden Tag mehr für deine große Liebe. Mein Tröster, mein Helfer, du bist mir Zuflucht und Kraft. Alles in mir beugt sich vor dir. Du bist so erhoben. Herr, rufst du dem Herrn alle Händen der Welt? Ehre und Dank, dem dir alles erhält. Himmel und Erde erhebt ihn und singt, wenn sein Name erklingt. Wir preisen dich, du hast Großes getan. Wir kommen vor dir und bitten dich an. Dank sei dir, Herr, du bist unvergleichlich gut. Ruft du dem Herrn alle Händen der Welt? Ehre und Dank, dem dir alles erhält. Himmel und Erde erhebt ihn und singt, wenn sein Name erklingt. Wir preisen dich, du hast Großes getan. Wir kommen vor dich und bitten dich an. Dank sei dir, Herr, du bist unvergleichlich gut. Dank sei dir, Herr, du bist unvergleichlich gut. Dank sei dir, Herr, du bist unvergleichlich gut. Mein Jesus, mein Rettel, keiner ist so wie du. Lobpreis sei dir, jeden Tag mehr für deine große Liebe. Heil, mein Tröster, mein Helfer, du bist mit Zuflucht und Kraft. Alles in mir beugt sich vor dir. zu dir, du bist hoch erhoben, Herr. Ruft du dem Herrn alle Händen der Welt? Ehre und Dank, dem dir alles erhält? Himmel und Erde erhebt ihn und singt, wenn sein Name er klingt. Himmel und Erde erhebt ihn und singt, wenn sein Name erhebt ihn und singt, wenn sein Name erhebt ihn und singt. Du bist unvergleichlich, Dank sei dir, Herr, du bist unvergleichlich, Dank sei dir, Herr, du bist unvergleichlich. 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 Dank sei dir, Herr, du bist unvergleichlich.